Ich zeige dir heute, wie du Eisen findest, wo du Eisen findest und wie du dann daraus Eisenbahnen herstellst. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an. So, es gibt drei Möglichkeiten, an Eisenerzklumpen oder an Eisenerzbrocken zu kommen. Auf jeden Fall brauchen wir am Anfang diese kleine Schmiede hier. Es gibt auch noch die große, aber dafür brauchen wir getrocknete Ziegel. Das dauert alles ein bisschen länger, deswegen machen wir das Ganze hier an der kleinen. Die erste Möglichkeit ist folgende. Jetzt mit Update 9 gibt es insgesamt sechs Dörfer. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. In diesen Dörfern tut seit Update 9 alle zehn Tage der Loot Respawn. Das heißt, du kannst alle zehn Tage die Dörfer abklappern und dort auch Eisenerzbrocken finden. Vielleicht ist da hinten schon einer drin. Gucken wir mal. So, genau. Das sind die Eisenerzbrocken, ja. Die kannst du in den Dörfern finden. Und da wir hier schon stehen, sind wir bei Nummero 2, wo wir sie herkriegen, ja. Das sind Eisenerzbrocken. Das sind, ne. Oh, guck mal. Eisenerzbrocken, Eisenerzbrocken. Ich nenne sie beide Brocken, ja. Kleine Brocken, große Brocken. So. Das ist auch schon Nummero 2 hier mit einem Extraktor, ja. Der ist aber auch erst etwas später im Game zu bekommen. Hat den Vorteil, dass man einfach Öl reinschmeißt und er dann hier extrahiert. Steine. Komplettes Eisenerz. Da kommt direkt ein Barren raus. Hier brauchen wir fünf Bröckchen, um einen Barren zu machen, ja. In der Schmiede. So. Diesen Extraktor, den kannst du überall außerhalb dieser Spitzhacken hier aufstellen, ja. Wir wissen ja, auf den Spitzhacken gibt es entweder Aluminium, Kupfer oder Kobalt. Kein Eisen, ja. Stellst du ihn aber irgendwo außerhalb hier auf, tut er das, was er hier gerade macht, machen. Nämlich Steine und Eisen und so weiter sammeln, ja. Daher kriegen wir dann als zweite Möglichkeit unser Eisen. Die dritte Möglichkeit und die einfachste, die auch am Anfang direkt super ist, kann ich nur empfehlen. Hallo Vogel. Okay. Ist hier unser kleiner Schmelzofen. Den bauen wir aus Steinen und wir zünden den mal an und sehen dann, wir können hier die kleinen Steine reinlegen, ja. Und die schmelzen wir jetzt ein und daraus kommen auch diese kleinen Eisenbrocken. Heißt, wenn wir fünf Steine einschmelzen, haben wir fünf kleine Eisenbrocken logischerweise. Die legen wir hier rein und können daraus auch einen Eisenbarren machen. Die Steine liegen überall hier rum, das wissen wir ja, ne. Die spawnen hier, dann haben wir die großen, wo wir Steine rauskriegen. Also da kommen wir am schnellsten ran. Ist die beste Methode, gerade für den Anfang. Wie gesagt, alle zehn Tage im Dorf, Steine klein kloppen und hier in der Schmelze einschmelzen zu fünf Brocken. Fünf Brocken ergeben einen Eisenbachen oder halt im Late Game der Extraktor. Da kann man dann auch so viele bauen, wie man möchte. Wenn du zehn Stück baust und die alle Eisenerz extrahieren, außerhalb von so einem Spitzhacken, von so einer Spitzhackenfläche hier, ja. Dann solltest du eigentlich im Eisen schwimmen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn ja, darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ich würde mich freuen, dich im Let's Play oder auch mal in einem Infected Livestream begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, ciao mit V.